hallo schön zusammen und die folgen gehen weiter wir sind kurz vor ende des kapitel 3 aber ich weiß nicht ob das schaffen kapitel 3 schon zu kommen die wege sind jetzt schon extrem weit extrem unterschiedlich weit und so deswegen ist das fragen sich ob man das schaffen ist nicht so wie die ersten zwei kapitel so kurz war und die gegner werden auch maunlers in surrender und ins kraft brauche ich nicht ich will die zaubern so ein bisschen gelang nicht möglich Das war's. So, geht's in die Tadula? Rot. So, dann gehen wir mal dahin. Mal wieder alle Gegner zum Metzeln, okay. So, dann gehen wir mal. Nichts berauschendes. So, haben wir noch ein bisschen mehr. Was haben wir dann? Oh ja, bewege ich das Geld noch mal ein bisschen höher. Zauber ey. Zauber, ey. Durch. Ich merke, tue ich auch gern mit. Komm mal hier. Nein. Na komm, wir haben auch etwa neben mit. Egal. Oh. 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 sehr gut wir müssen hier hoch im es wir 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 Okay. Was für ein Geschnetzel. Da lang. Okay. Nächsten Abschnitt erreicht. Ja. 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 If that happens I fear there will be no stopping him. Then let's make our way to the Conflux. Together. Certainly. We will need to take care of them first. After that, the barrier should be weak enough for me to break through. My previous attempts were unsuccessful. Guardians, follow the Ascended. Let us cleanse our home. I can't manage that right now. I can't manage that right now. We will be back soon. I can't manage that right now. Das ist jetzt. Der Passage zum Konflux. Dann gehen wir schnell. Die Instrumenten der Arimann müssen sich nahe sein. Das ist jetzt. 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 Das ist jetzt ganz neu. Der Passage zum Konflux. Es ist jetzt ein...? Das ist jetzt ein... Das ist jetzt ein... Das ist der Sammiss. Das ist jetzt ein... Der Passage zum konflux. Das ist ein... Das ist jetzt ein. Das ist jetzt ein... So, das erste haben wir. So, den ersten haben wir. Was schießt denn der? So, dann gucken wir jetzt mal nach den anderen. So, dann gucken wir jetzt mal an. Okay, lehnen wieder. Ja, da haben wir den lehnen. Oh, da ist der nächste Blatt. Oh, da ist der nächste Blatt. Oh, da ist der nächste Blatt. Ich fühle mich. Armin ist kommin. Das ist sehr, was er ist. Kiehle mich! Das ist ein Schaden. Das war die letzte Blatt. Er muss sich durch die Barriere durchführen. Das war die letzte Blatt. Das hat sich angefangen. Ich kann es fühlen. Ah, okay, okay. Danke. Nein. Du musst auf den Konflikten. Mehr von Ahriman's servants kommen, und du musst nicht fliehen. Ich werde dir die Zeit brauchen, um zu stoppen Ariman's ascension. Danke, Anisareth. Und auf ihn. Ja? Du musst nicht fliehen. Danke. Du musst auf den Konflikten. Du musst auf den Konflikten. Die Blatt. Die Blatt. Die Blatt. Die Blatt. Die Blatt. Was kommt denn da als erst? da gibt es noch was hier drüben noch was besseres mal hier Gritschaden dann machen wir ein bisschen Schaden noch hoch Grüne brauchen wir doch so sieht nicht anders machen schalten danke und ein mehr dann beginnen wir mal das sie mit victory ist at hand what is that the abyssal portal it is opening we'll secure the area you do your thing the searing song will be with us nothing but a slave how could you you really thought araman could set me free that easily this is the fallen duke of fury you're facing valeria we lost he wins never no matter the odds you betrayed us for the last time i will drive my blade through your heart show me your wrath i know your every move child i made you molded you i made you molded you you just can't accept defeat can you okay what i do it is clear even if you dumped her would fall into the abyss your sister is gone your sister is gone now you're going to do something wieder расllie just it is all pointless the fury of the arms is not there is no giving up on family child you and i don't have one schon gedacht hier kann man die dinge zerstören hier meine liebte hallo ja 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 Hallo, wieso bewegt er sich nicht? Du bist ein Ascended. Wenn du hörst, wenn ich dich exiled habe, hast du Zeit zu trainieren und vielleicht zu retten, diese Welt zu retten. Aber du hast das alles weg, um zu retten zu retten, deine Frau zu retten. Sie hat dich zurückgebracht. Alles klar, nochmal. Alles klar, du musst doch viel schaffen. Hallo, jetzt hör mal auf, dich zu drehen. Danke. Hallo. Wir sollten mal wieder aufladen, danke. Gut. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. no nein Ich muss schon mal suchen, wo der ist. Da ist er doch. Nein, 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 komm, ich steh auf. Ob wir das schaffen, ob wir das schaffen. Ob wir das schaffen, ob wir das schaffen, ob wir das schaffen. Was? Was war das denn jetzt? Da ich natürlich gestorben bin. Aber na gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Und wir sehen uns in der nächsten. Bis dann, ciao. Bis dann. Bis dann.